Hallo liebe Coding Da Vinci Gemeinde, mein Name ist Nuray Amrein. Ich begrüße euch hier im Museum für Angewandte Kunst Köln. Ich leite die wissenschaftliche Dokumentation und präsentiere euch heute unser Datenset. Es geht um 53 Objekte aus unserer Schmuckabteilung. Ihr bekommt dazu Bilder und Metadaten und ich bin gespannt was ihr daraus macht. Denn frei nach unserem Motto, Kultur ist was ihr daraus macht und jetzt sage ich viel Spaß beim Hacken. Schmuck ist häufig kostbar. Seit langer Zeit Inbegriff und Inhalt herrschaftlicher Macht. Schmuck zeugt vom Reichtum und sozialen Status seiner Besitzerin. Als Symbol der Liebe und Zeichen tiefer Verbundenheit hat sich vor allem der Fingerring etabliert. Das Mack bewahrt eine überaus reiche Schmucksammlung, die mehr als 1500 Objekte von der Antike bis zur Gegenwart umfasst. Die Daten zu 53 Objekten haben wir für euch aufbereitet. Informationen darüber, woraus, wie und wo die Objekte hergestellt wurden, findet ihr in den Metadaten. Wir werden in den Metadaten. Die Daten mit einer Kalle